hallo meine lieben freunde des geflechten kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen video heute wieder zum thema home assistant und zwar möchte ich mir mit euch gemeinsam einmal fernbedienungen etwas näher ansehen genauer gesagt fernbedienungen aus der ikea tread frei reihe und da habe ich mir mal diese zwei arten rausgesucht und zwar einmal hier den fünffach schalter und den shortcut button ikea hat zum beispiel auch noch so einen dimmer taster der zwei taster in einem schalter kombiniert ist vom formfaktor glaube ich ähnlich wie der shortcut relativ klein hat aber dafür an und aus ich glaube in der regel unterstützen die ikea schalter alle entweder einmal kurz drücken lang drücken oder ein doppelklick auf jeder taste und ich habe mir gedacht so fünf tasten das bietet sich gut an zum beispiel für rgb leds die möchte ich an und aus machen damit vielleicht die farbe einstellen und dann noch die helligkeit rauf und runter regeln das kann ich hier mit sehr gut abbilden und dann habe ich halt oft im haus einfach eine bestimmte stelle an der ich eine bestimmte aktion auslösen möchte und dafür sind die shortcut buttons prädestiniert und wenn man halt an der stelle mal zwei aktionen benötigt wie zum beispiel jalousie rauf und runter dann lässt sich auch das hier mit umsetzen denn wie gesagt sie bieten kurzen tastendruck zum beispiel für rauf und langen tastendruck oder doppelter tastendruck für runter die geräte basieren auf dem sich standard lassen sich insofern wunderbar über jegliche sich die integration in home assistant einbinden und ich würde sagen das schauen wir uns im heutigen video einmal näher an fangen wir mal an mit dem fünf button tasten hier seht ihr jetzt also den fünffach tasten aus der dread free reihe wie ihr seht hell dunkel links und rechts und den power tasten in der mitte die tasten sind aber völlig frei belegbar also was ihr auf die tasten legt ist euch völlig überlassen batterie liegt dabei und wir haben hier so ein klebepad und auf der rückseite finden wir auch noch einmal entsprechende halterung um das ganze mit schrauben an der wand oder sonst wo fixieren zu können ansonsten liefert ikea noch jede menge papier kram mit braucht man der regel eigentlich nicht aber an der stelle zumindest kurz erwähnt schauen wir uns als nächstes noch eben den shortcut button hier seht ihr jetzt also den shortcut button wie zu erkennen ist das ganze ist schön kompakt gehalten und auch hier haben wir wieder einmal das klebepad um ihn irgendwo auf eine glatte fläche einfach anzukleben und auch hier da gibt es die möglichkeit mit dieser platte das ganze an die wand zu schrauben und das schöne daran ist dieser taster ist magnetisch einfach wieder auf die platte drauf und er hält dann liefert uns ikea noch diese sechs dicker mit diese sind ebenfalls hier in diesen schalter zu integrieren man kann hier einfach die vorderplatte aufklappen hier diesen entsprechenden sticker hinter packen abdeckung wieder drauf und euer schalter ist beschriftet und das schöne ist halt dieses label ist jederzeit wieder austauschbar so viel erstmal zur hardware ich würde sagen hier kommen jetzt mal batterien rein wir binden das ganze in home assistant ein und belegen die taster dann mal mit aktion so was wir jetzt als erstes machen müssen ist wir müssen diese beiden geräte in unser sigby netzwerk aufnehmen dabei ist es natürlich jetzt ein bisschen davon abhängig welche integration ihr verwendet verwendet hier zha verwendet ihr decons verwendet ihr sigby2mqtt da ist das vorgehen immer ein kleines bisschen anders im prinzip müsst ihr aber immer nur euren stick in den pairing modus versetzen damit er nach neuen geräten sucht dann die geräte in den pairing modus versetzen warten bis sie sich finden und das gerät ist im home system zur verfügung ich verwende jetzt in diesem video zha wenn ihr also eine andere integration verwendet geht einfach so vor wie bei euren bisherigen sich geräten um diese zu verbinden was wir jetzt zuerst tun müssen ist wir müssen unsere geräte vorbereiten denn die haben den pairing taster innen liegen heißt bei dem kleinen also bei dem shortcut da müssen wir jetzt hier die schraube lösen um überhaupt an den taster dran zu kommen damit fange ich jetzt einmal an so und wenn ihr jetzt mal hier auf der seite schaut da seht ihr den kleinen taster und diesen müssen wir vier mal schnell hintereinander drücken dann fängt hier oben der rand so ein bisschen an rot zu blinken und zu leuchten ansonsten sieht man hier vorne gleich auch eine kleine led in rot leuchten und das zeigt uns dann dieses gerät ist im pairing modus und sucht gerade nach unserem sieg bistic auch der fünf button taster hat einen solchen bein den knopf und zwar auch wieder auf der rückseite das heißt auch hier nehmen wir mal die magnetische rücken platte ab und jetzt müssen wir hier in dieses loch mit einem schlitzschraubendreher rein um die rücken platte raus zu hebeln und dann seht ihr auch hier befindet sich innenliegend auf der rückseite ein taster zum versetzen in den binding modus bzw zum zurücksetzen des gerätes so die fernbedienungen sind vorbereitet legen wir also direkt los ich habe mir hier mein handy schon mal griffbereit hingelegt und blende euch das jetzt mal hier auf der seite ein ihr seht ihr jetzt also mein home assistant und ich wechsel mal direkt auf einstellungen integrationen und da in die combi 2 integration also zigbee home automation hier habe ich jetzt unten rechts den button gerät hinzufügen der ist dafür da um den combi 2 stick in meinem fall in den pairing modus zu versetzen das machen wir jetzt mal dann seht ihr jetzt auch zigbee gerätesuche ist gestartet und wir fangen an mit unserem shortcut button und diesen taster hier den drücke ich jetzt vier mal kurz hintereinander und ich weiß nicht ob man das sieht hier oben blinkt auf der vorderseite hat es auch kurz geblinkt das blinken ist aber auch jetzt schon weg aber ihr seht es hier schon interview starten konfigurieren und der dreadfree shortcut button wurde schon erkannt warten wir jetzt noch eben die konfiguration ab die konfiguration ist abgeschlossen er initialisiert das gerät und jetzt haben wir hier unten noch die möglichkeit unserem gerät einen namen zuzuweisen bzw einen bereich ich lasse jetzt alles erstmal so auf standard stehen gehe wieder auf die startseite von der integration und sage erneut gerät hinzufügen nehmen wir also als nächstes die fünf tasten fernbedienung und machen hiermit jetzt noch das gleiche ich sage hier einmal gerät hinzufügen und jetzt drücken wir hier den taster dreimal für fünf sekunden dieser signalisiert hier auf der vorderseite wie ich gerade sehe auch mit einer roten led dass er sich in den pairing modus befindet also hier könnt ihr auch noch mal auf der vorderseite überprüfen ob das drücken von dieser taste funktioniert hat ich muss zugeben beim ersten versuch hat es bei mir nicht geklappt ich habe hinterher einfach noch ein paar mal wild den taster gedrückt und wie ihr jetzt seht jetzt sagt er auch das gerät ist einsatzbereit auch hier lasse ich jetzt einfach mal name und bereich so im standard wie es ist und ich würde sagen mit den frisch gebundenen geräten wechseln wir jetzt runter ins büro und binden diese einmal ins home assistant ein ja und hier sind wir jetzt bei mir im home assistant und was wir jetzt tun müssen nachdem wir die geräte über sigbee mit home assistant verbunden haben ist wir müssen unsere tasten belegen dafür brauchen wir automatisierungen und um uns das ein bisschen einfacher zu machen würde ich sagen wir nutzen heute einmal blueprints also die vorlagen wechseln wir also nach einstellungen scrollen hier ein bisschen runter und gehen hier mal auf vorlagen da sagen wir entdecke weitere vorlagen und das bringt uns jetzt in den community bereich von home assistant hier können wir jetzt oben über die lupe nach vorlagen suchen da suche ich jetzt mal nach ikea shortcut und dann seht ihr finden wir hier auch schon verschiedene blueprints für unseren shortcut button wie ihr seht steht hier in der regel auch immer davor für welche integration der blueprint gedacht ist denn die ereignisse die von den jeweiligen integrationen generiert werden sind eben bei zha dekons und sig b2m qtt jeweils andere das heißt da müsst ihr darauf achten das muss zu eurer integration passen ich will jetzt in dem fall einfach mal hier die zha ikea threadfree shortcut button vorlage dann kommen wir auf eine seite wo in der regel erstmal eine beschreibung zu finden ist und darunter dann unser blueprint code so sieht also ein blueprint aus wir haben hier immer eine kurze beschreibung dann die einzelnen variablen also die felder die wir in der vorlage ausfüllen können und darunter dann eine ganz normale automatisierung wie wir sie aus unserem home assistant kennen also wir haben hier einen trigger und in dem fall nur noch eine action hier könnten aber natürlich auch noch conditions drin sein also die normale struktur auslöser bedingung aktion der einzige unterschied ist eben hier werden die automatisierungen so vorgefertigt dass wir nur noch hier oben diese felder nachher füllen müssen und somit eigentlich nichts mehr mit der eigentlichen automatisierung zu tun haben was müssen wir jetzt also tun wir klicken einfach hier auf import blueprint das bringt uns auf eine my.homeassist.io seite wenn ihr hier die url zu eurem home assistant schon angegeben habt müsst ihr hier nichts weiter tun ansonsten tragt ihr bei your instance url die adresse ein über die ihr euer home assistant erreichen könnt anschließend klicken wir auf open link das öffnet uns direkt den vorlage importieren dialog den bestätigen wir mit vorschau vorlage bestätigen noch mal mit vorlage importieren und zack ist die vorlage bei uns in der liste integriert hier können wir dann auch direkt sagen automatisierung erstellen den namen lasse ich jetzt einfach mal so stehen wir wählen unser gerät aus ich habe nur einen shortcut button integriert den nehmen wir also und dann haben wir jetzt hier single click double click und long click aus der erfahrung raus der single click der hat bei mir nicht immer so ganz zuverlässig funktioniert bei den tests insofern beschränke ich mich jetzt mal auf double click und long click was mir in dem fall aber eigentlich auch ausreicht und zwar sagen wir mal bei double click sollen meine nano leafs ausgeschaltet werden also dienst ausführen light punkt turn off und zwar meine nano leafs und bei einem long click möchte ich sie gerne einschalten und dann sagen wir jetzt hier nochmal dienst ausführen light aber diesmal halt turn on wählen hier wieder meine nano leafs und sagen speichern so und jetzt blende ich euch mal meine nano leafs mit dem shortcut button ein und wenn ich jetzt diesen taster hier einmal lang gedrückt halte dann seht ihr gehen die nano leafs ein drücke ich jetzt zweimal den taster schalten die nano leafs wieder ab und das ganze auch mit einer sehr akzeptablen reaktionszeit schauen wir uns das ganze jetzt noch mit der fünf tasten fernbedienung an dazu gehen wir wieder auf einstellungen wählen den punkt vorlagen und sagen nochmal entdecke weitere vorlagen hier suchen wir jetzt mal nach ikea 5 ich denke mal das dürfte schon reichen jawohl ich würde sagen wir schränken das ganze mal noch auf zha ein und finden dann jetzt hier zha ikea 3 5 button remote custom actions und 5 button remote color lights es gibt hier also einmal mit dieser vorlage zum beispiel die möglichkeit beliebige aktionen auf unsere buttons zu legen was mich jetzt gerade aber mehr interessiert ist die steuerung für die leds also wähle ich jetzt in dem fall mal 5 button remote color lights auch hier seht ihr beginnt das ganze wieder mit einer kurzen beschreibung die power taste soll das licht ein und ausschalten dem up erhöht die helligkeit dem down verringert die helligkeit right ändert die farbe und left ändert die sättigung importieren wir also wieder den blueprint und erzeugen daraus wieder eine automatisierung das einzige was wir in dieser automatisierung auswählen müssen ist unser remote control und jetzt hier noch unser light welches gesteuert werden soll und hier sagen wir auch wieder die nano leafs sage speichern und wir blenden wieder rüber zu meinen nano leafs zuerst einmal schalten wir die nano leafs mal wieder ein das funktioniert sofort dann versuchen wir mal die helligkeit zu verringern auch das funktioniert wunderbar wenn ihr jetzt seht wenn ich die taste nach rechts immer weiter drücke ändern sich kontinuierlich die farben von dem nano leaf und wenn ich die taste nach links betätige dann ändert sich die sättigung also die farb intensität ja und so einfach habe ich eine voll funktionstüchtige fernbedienung für meine rgb leds erstellt schauen wir uns zum abschluss einmal noch die vorlage an mit der wir in der lage sind beliebige aktionen auf diese fünf buttons zu legen also suchen wir jetzt hier noch mal nach ikea 5 zha und wählen jetzt mal hier die automatisierung für die custom actions und da seht ihr alle möglichen aktionen die uns dann zur verfügung stehen und welche wir mit unseren eigenen aktionen belegen können also für jede taste einmal einen kurzen tastendruck und einmal einen langen tastendruck die importieren wir mal eben sagen automatisierung erstellen müssen auch hier jetzt wieder nur unser gerät auswählen und haben jetzt eben zehn verschiedene aktions blöcke denen wir unsere eigenen automatisierungen hinzufügen können ich denke das muss ich jetzt nicht noch mal zeigen das sollte jedem klar sein hier können wir also beliebige aktionen in unserem home assistant ausführen ja soviel zum thema zigbee fernbedienungen von ikea in home assistant einbinden ich hoffe ich habe nichts vergessen und ihr konntet mir bis hierhin folgen wenn ihr doch noch irgendwelche fragen habt stellt sie mir gerne wie immer unten in den kommentaren oder kommt gerne auch bei uns auf dem discord vorbei link blende ich hier ein findet ihr auch noch mal oben in der infobox bei uns auf dem discord werden täglich viele interessante themen rund um home assistant arduino raspberry pi 3d druck esp home und 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 diskutiert wenn euch also diese themen interessieren schaut gerne mal vorbei wird mich freuen den ein oder anderen dort begrüßen zu können bevor ich mich jetzt von euch verabschiede noch eine kleine sache und zwar habe ich hier ja noch drei shortcut buttons nicht ausgepackt denn diese möchte ich jetzt an euch verlosen das gewinnspiel läuft bis sonntag den 7 november zur teilnahme müsst ihr einfach einen kommentar hier unten unter diesem video verfassen und nehmt dadurch automatisch an dieser verlosung teil alle weiteren gewinnspiel bedingungen findet ihr auch noch mal unten in der video beschreibung die gewinner werde ich dann per nachricht hier kontaktieren stellt also sicher dass ihr eure benachrichtigungen aktiv habt dass ihr meine gewinn benachrichtigungen auch erhaltet daraufhin schreibt ihr mir dann eine kurze e mail mit den daten wo ich den shortcut button hinschicken soll und das war es eigentlich auch schon ich wünsche an der stelle auf jeden fall allen teilnehmern viel glück hoffe euch hat das video gefallen wenn ja zeigt mir gerne mit einem daumen hoch abonniert falls noch nicht geschehen den kanal und klickt auf die glocke damit ihr kein video mehr verpasst ich würde mich freuen wenn wir uns im nächsten video wiedersehen verabschiede mich hiermit und sagt einfach bis zum nächsten video ciao